Hallo, ich grüße Sie. Am 3. Juli ist es soweit. Ich werde dann im Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin im Rahmen der Fachtagung Hochschulen im digitalen Zeitalter zum Thema Digitale Lehre and Beyond sprechen. Und ich bin auch dabei. Ich werde dich unterstützen und die eine oder andere Frage stellen. Zur Vorbereitung empfehle ich mein Video Digitale Lehre, Gelingensbedingungen und Lösungen. Es dauert nur sieben Minuten und bereitet sie speziell auf das Beyond vor. Bis zum 3. Juli also. Machen Sie es gut. Auch von mir die besten Grüße aus Marburg. Ich freue mich auf euch und auf Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017